Ja, mein Kleiner, da schlägt noch nichts so richtig an. Ansonsten können wir noch mal warten bis morgen, mein Kleiner. Ich glaube, das sieht nicht gut aus. Ja, du bist halt da nicht so alt geworden. Aber das haben wir ja schon gewusst, gell? Das ist ja schon über ein Jahr, die Atemprobleme, hm? Ja, hm? Das war halt nichts, gell? Mal gucken, ob das Cortison anschlägt, hm?